Und es gibt weiter in diesem Theater. Ihr habt überhaupt nichts Peinliches verpasst. In der letzten Folge, was nicht geklippt wird. So etwas Unangenehmes. Und bitte landen. Landen. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Danke, danke, danke schön. Es klingelt immer noch. Ich glaube, ich bin falsch. Seht ihr das? Es ist also Herr von Hogwarts. Rebellion. Jetzt kommt er und er diplomacy. Es ist wichtig. Ah. Sagt das doch, dass ich falsch laufe. Ich komme hier nie wieder raus. Wo war denn jetzt diese Tür? Ach so, hier ist immer noch dieses Scheiß. Da. Okay. Wie kam sie mit den Aufgaben zurecht? Nein, okay. Ich lüge jetzt. Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Ich wollte gerade sagen. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glatius. Achten Sie auf Ihren Zauberstab. Schuss. 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 Wohin? Wohin? Wohin ist hier die Frage? Wohin? 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 Friert Gegner ein und erhöht den Schaden, den sie Folgeangriffen erleiden. Okay. Wärt viele Arten von Objekten Gegner mit beachtlicher Kraft ab. Dann machen wir ein Feuerdeck. Was fehlt da noch? Expiryamos. Genau, das ist das mit Feuerdeck. Dann gibt es das hier. Das ist dann, wird dann jetzt... Achso, das war alles mit Raum der Windschatten, wir gesagt, ne? Und das ist dann Akio. Ich kann noch der Paro erstmal drauf machen. Und das ist unser Halb-Halb. Und dann haben wir das hier noch. Und dann machen wir jetzt eine Mischung. Akio. Und Fingernblitzen, große Reichweite. Ja. Achso. Wir sollten ja jetzt schon... Oh. Mal das richtige Deck aufrufen. Und zwar... Das hier. Okay. Ich hab's ja nur vorher an die Bilder gemacht. Oh, also geil. Gut. Dann wäre das geschafft, meine Damen und Herren. Das nächste ist dann... Das hier. Danke, DMS und Sven, für das Erstellen der Clips. Danke, DMS und Sven, für das Erstellen der Clips. D. Sagte ich nicht irgendwas von nicht? Klippen? Jetzt ist die Peinlichkeit in der ganzen Welt zu sehen. Ihr denkt auch alle nicht an meine Nerven. Also. So, meine Lieben. Dann gehen wir jetzt sammeln. Wo muss ich denn hin? Mhm. Dachte ich mir schon. Ähm. Ich bin nur überlegen, wo wir hinfliegen. Also, wenn ich Glück hab, zeigt er das ja auch wieder an. Hat er zumindest ja bei den Ballons gemacht. Ich würd sagen, wir fahren mal zu einem Well... Äh, wir fahren... Hm. Wir fliegen mal zu einem Wellchen. Mal gucken, was der da sagt. Nichts. Nichts. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Das ist aber dumm. Was ist denn, wenn ich... Fällt der mir hier was an? Okay, das ist die Prüfung. Ich muss sowieso noch da hinten. Das heißt, wir können auch die letzten Flohfeuer da hinten mal anmachen. Das ist vielleicht auch nicht ganz so schlecht. Aber nichtsdestotrotz... Hier, da muss ich hin. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, guckt euch das an. Das wird immer mehr. Scheiße. Komm du mir heute hier noch mal runter, Junge! Das wird so überpeinig. Das ist dann aber auch direkt der Schlimmste von mir zu sehen, ne? Jens, guck mal im Discord bei PNS. Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Oh Gott, Leute, Leute, ihr macht mich fertig. Echt. Jetzt halt, dass ein paar mehr Mädels hier drin sind, damit die mich unterstützen. So. Oh, scheiße, ey. Also. Oh, achso, nee, das weiß ich ja. Nein, das weiß ich ja. Nein, ich dachte, ich hätte jetzt schon wieder was Neues entdeckt. Okay. Hallo? Gehst du mal? So, okay. Dann ändern wir jetzt kurz mal eben spontan meine Taktik. Also, ich will einen Wegpunkt festlegen. Ist das das hier überhaupt? Nee. Gut, dass ich da nicht hingegangen bin. Ha! Das ist nochmal eine andere. Scheiße. Gut. Machen wir das. Ups, nein. Ja, ist egal. Aber ich will vorher noch was machen. Ich habe so ein kleines Jucken im Kopf bekommen. Und wenn wir das eine jetzt gerade eh nicht machen können. Da ist eine Kiste. Okay. Hm. Nicht der beste Ort so ganz... Reveglio. Oh, da. Ist auf deiner Seite auch sehr schön. So. Ähm. Ah, ich habe alles mit Feuer. Alles gut. Oh. Wenn du da, wenn du da, wenn du zockst, halt an mir ab. Oh, der Scheiße. Sind die schon dicht? Die sind schon dicht. Gut. Aber wo war jetzt? So. Okay, wie komme ich denn da hin? Manchmal besteht ein Gefängnis nur aus Mauern. Okay. Hier soll irgendwo ein Geheimdiener sein. Ich habe hier. Jetzt bin ich hier. Du hast nichts mehr. Okay, ich habe dich doch gerade dran. turbin. Gut. Aber wo sind die denn? Hörst du da hinten? Oh Gott. Wenn man R1 drückt und nicht R2, dann kann man das auch nicht funktionieren. Hörst du da hinten? Nicht ins Leere. Hörst du da hinten? Hörst du da hinten? Hörst du da hinten? Hörst du da hinten? Ja. Na? Okay. Das hätten wir schonmal. Dann gehen wir doch nochmal da rein. Hier sollte ich mich lieber nicht allein erwischen lassen. Irgendwo? Da ist jemand. Ich habe den heimlichen Wattgefahrt. Als du mich befinden könntest. Incentrum! Ach, oh Gott, ich habe es wieder angeklickt. Was ist alles? Du bist schwach, Menschlein. Incentrum! Was bin ich? Gut, dass ich hier nie eingesperrt war. Reveglio. Wo ist er denn jetzt? Ich könnte schwören, was gehört zu haben. Auf den Rest, Max. Wo ist er? Ich hab das Gefühl, du versuch es nicht mal. Geh drückt. Ich denke, Sie sind bereit für mich. Ich denke, Sie sind bereit für Arresto, Momentum, den Verlangsamungszauber. Damit frieren Sie... Reveilio. Ist da jemand? Wie unerschönt. Incendium! Ich lege deine Tote. Kamel, kommst du nicht davon. Das überlebst du nicht, junger Mensch. Das überlebst du nicht, junger Mensch. Ich bin echt zu nah. So. Jens hat recht, ich muss dringend über dir. Ach so, ja, ja. Habe ich jetzt. Reveilio. Reveilio. Junior. Ich bin echt zu nah. Ich bin echt zu nah. Ähm, dass ich dringend die erste Tür aufnehmen muss. Ich werde nicht drohen! Du wirbst mich! Ich werde dich drohen! Incentive, Incentive! Protego! Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Ich will proben, was der macht. Also, diese Schlösserstufe eins, das ist schon nervig, muss ich ehrlich zustehen. Rebellion. Okay, die Kiste ist anscheinend da unten. Da sind ja noch mehr. Okay, jetzt kann ich das öffnen. Scheint vorne aus zu sein. Da ist nun was. Ich hab mal aufgepasst. Ach so, ja, Power-Trink habe ich auch noch. Wie war denn das eigentlich nochmal? Wie konnte ich die denn trinken? Ich hoffe nicht sagt er mir das nochmal. Und ich muss L1 machen. Oh Gott, vernünftiges L1 machen. So was. So. Tada. Da. Und ich brauch... Ah ja, das war alles voll. Nein. Nein. So. Nein. Ah ja. Ah ja. Incentive! Bebel anzuhören! Abzusuchen! Das ist beinahe zuerst! Und das nennt man zauber! Ascesto! Oh, bitte versuche es noch ein! Das ist vielleicht! Unzerstückt! Schön, dass du mal vorbeikommst! Oh! 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 Hör dich aus! Ah! Oh! Pingo! Pingo! Du lässt ihn da? Pingo! Ich werde nicht drohen! Ich werde nicht drohen! Oh! Ich werde dich rufen. Ich kann es nicht. Protego. Dein Blut klebt an Renrocks Händen. Okay, jetzt kann ich ausprobieren, wie ich diese Flaschen nehme, die ich nicht, die sich wieder auflädt. Ja, gut, okay. Wie war denn das nochmal mit den Tränken? Du musst doch irgendwas drücken, meine L2. Du kannst Heiltränken nur trinken, wenn du verletzt bist. Ja, aber ich war ja gerade verletzt. Und ich wusste nicht mehr... Du kannst Heiltränken nur trinken, wenn du verletzt bist. Wie das ging. Mach ich eigentlich diese Grenze? Ah, so, okay. Boah. Okay. Ich muss keine Frauertränke mehr drücken. Rebellion. Upsa. Okay. Ich glaube, das konnte ich... Ja, genau, das konnte ich ja nicht mehr... Das aber mit was? Gut. Wie muss das irgendwie weitergehen? Ach nee. Hier nicht. Da war ich doch jetzt, oder nicht? Habe ich das tatsächlich übersehen? Geht's hier? Nein, hier ging's ja auch nicht weiter. Das war... Hm. Hm. Okay. Wieso gehen die hier nicht? Das ist interessant. Okay. Hier. Nein. Komm nicht so. Nein. Gut. Ja, und da war der Geheimraum. Da ich hier ja eh nicht hin muss. Wofür werden die Texte eigentlich vorgesen? Das war die beste Mahlzeit seit langem. Nun, das meine ich ernst. Braucht mich ja jetzt jede Woche wieder was zu essen. Also hier sind, sind da jetzt hier wieder welche oder immer noch? Das ist jetzt die Frage. Bin ich jetzt eigentlich? Ich sehe sie nicht. Was sind sie denn? Warum bist du nicht gerannt? Macht euch nicht werfen. Da. Incentives. Von Tingo. Von Tingo. So. Ich habe immer noch diese dicke Schatzkolle an. Was hier wohl passiert ist. Ja, das wissen wir noch nicht. So. Ähm. Nein. Das hat schon bessere Tage erlebt. Ich muss mal eben auf die Karte mir das markieren. Ich glaube, sonst wird da nichts. So. Das sind alles Merlins Aufgaben. Wir wollen das Flohfeuer. Genau. Genau. Okay. Hier ist einmal was. Sonst kriege ich wieder Ärger. Und wie das mit der Schatzkiste weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!